Franz Ditschenbacher aus der Steiermark. Ja und die Belegantin, die Ulrike Ditschenbacher, eben aus der Steiermark. Ja, wir sind zum ersten Mal hier und es ist heute eine beeindruckende Reise. Heute das Highlight San Antonio und die Kulturstätten hier rund um Calvi und auch die Landwirtschaft, wie sie gestaltet ist, ist für uns sehr interessant. Also würden Sie die Bustour heute auf jeden Fall weiterempfehlen? Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Auch die Reisebegleitung ist wirklich interessant mit sehr viel Wissen. Und das würde ich jedem empfehlen. Und das würde ich jedem empfehlen. Und das würde ich jedem empfehlen.